So Basti, gewinnst du, hast du 50 Sale und kannst 100 noch gewinnen, verlierst du, hast du 15 Euro Sale, alles liegt jetzt an dir, wird schon, viel Glück. Guck mal wieder zum Friseur, wieder bei der Seite, die sehen nicht gut aus. Das ist einfach so, das wird geil, das Finale, also das ist Winner-Breaket-Finale und danach gibt es noch Loser-Breaket, ich bin mal gespannt, dass ich das wollen will. Oh, was ein Pass, was ein geiler Pass. Oh, was ein Pass. Oh, was ein Pass. Das ist Pipetool und das auf 1.0. Sehr stark, aber Dembélé ist doch geisteskrank, ja. Das ist ein ganz anderes Level von Schwitzen, auf jeden, auf jeden. Das ist so ein Qualifier-Game. Beide spielen extrem krass. Guck dir das mal an. Wenn der angekommen wäre, wäre der Safe-Tor. Oh, was ein Joke. Was ein Fehler und dann direkt Tor. Boah. 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 die meisten spielst du einfach unglaublich zu zuschauen das ist mal was geiles ja wenn zwei Leute die man halt auch kennt vom Namen her gegeneinander spielen braucht halt mehr so zuzusehen kann ich voll nachvollziehen die holländischer pro auch schon sehr viel erreicht in ganz fifa generell ganz fifa ist auf jeden fall ein namen den man kennt doch sehr viele earnings in fifa levington vor allem auch dieses offensive das ist geil digga basti ist halt so einer der kann nicht auf ballbesitz spielen das ist halt ich feier das wenn man so schnell das gameplay zack hin und her sieht anstatt dieses auf ballbesitz digga dann nochmal hinten rum einfach bei beiden hier straight up nach vorne das ist geil das ist ja das ist ja die der 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 Was hat der gemacht mit dem Heavy, 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 der Trick Ich schwöre ich hätte gedacht er spielt doch mal rüber, aber dann kommt dieser Trick, ne Das ist schon sehr sehr stark, Digga, dass man im Kopf auch so schnell umschalten kann Lev dachte auch er spielt rüber Er wird komplett rasiert Muss man Basti anerkennen, macht er gut, macht er sehr sehr gut Das ist Levenken Das ist ganz ganz starkes Fußball hier von Basti 4-0 gegen Levenken Im Winner Break Finale Das Sky Skull Der hat nur noch nicht genug Er wird mehr Tore Also whoot Der hat nur noch nicht genug Das ist ein großer Schnapp Schnapp Ja Die Levenken Er ist eine große Schnapp Das ist ein großer Schnapp Das ist zu krass, das ist zu krass, was Le Winken hier macht, äh was hier abgeht, hin und her, ne, und ich sag euch so, das Ergebnis ist noch nicht vorbei, ne, der Winken kann das noch aufhören, aber es wird sehr, sehr schwer, weil Basti genauso offensiv krass ist, und das ist zu schlimm, Liga, hin und her, hä, und da geht er auch raus, das ist krass, Basti, GG's. Bis zum nächsten Mal.